Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms Evolved Let's Play. Ich habe mir vorhin ein paar Blöcke gefarmt in der Farmwelt 2 im Mesa-Biom und ging recht schnell. Ich habe es hier mit den Eisenschaufeln und Spitzhocken gemacht. Ich muss die mal wieder weglegen. Und dann die Blöcke. Muss ich mal schauen hier reinlegen. Gut. So, dann haben wir hier noch ein paar. Ah, da haben wir auch noch Blöcke. So, Bambus. So, machen wir auch vier. Und die da machen wir hier hin. Wenn es geht. Nein. Hm. Eins, zwei, drei, vier. So. Können wir die mal fällen. Gut. Also, dann haben wir hier mal Bambus. Können wir auch als Baumaterial verwenden dann. Und, ja eben beim chinesischen, japanischen Zeug, das wir geplant haben, verwenden. So, kann man hier irgendwas draus machen. Ja, Block. Hm. Könnten wir ein Bienenhäuschen bauen oder so. Gut. Ja, jetzt haben wir, wir haben den Bogen nochmals zu verwenden. Probieren, verzaubern. Ähm. Wo ist er denn nun? Hier. Wieso ist denn da hier drin? Muss nicht hier sein. So, ähm. Ich brauch aber Lapislazuli. Noch. Gut. Ähm. Schlag. Stärke. Stärke. Tja. Ja, machen wir mal Stärke. Tja. Leibstärke. Na gut. Ähm. Haben wir noch? Ja. Genau. So, wir probieren jetzt einfach ein paar Mal und schauen, was passiert. Also, bis jetzt eins kommt mit Unendlichkeit. So. Stärke. Hm. Ne Frechheit. Und wenn du rein gehst, stärker als, es bleibt leider. Hm. Ich kenn mich noch nicht so gut aus mit dem, aber ich denke schon, dass man, ähm, da noch rauskriegt. Und, ähm, mehrmals verzaubert, aber Stärke werde ich jetzt nicht verwenden. Stärke 3 werde ich dann verwenden auf Level 30, aber nicht die eine Stärke. So, ähm, ich wollte noch Pfeile. Haben wir hier drin Pfeile? Nö. Hm. Haben wir so wenig Pfeile geformt? Hm. Da kriegen wir ja gar nichts gebacken in der Hölle. Na gut. Das ist das Blöde. Und blöd ist auch, dass man die Reittiere nicht mitnehmen kann. In die Hölle. Hm. Na gut. Ja, ja. So, bist du eigentlich jetzt wieder hier. Reittier. Ich hoffe, ich find dich nachher noch. Mais. Oh, die Palmen sind gewachsen. Sehr schön. Und da ist ein Nemo. Man kann den Nemo einfach mitnehmen. Schwamm. Cool. Da möchte ich die Erfahrung noch kurz mitnehmen. Wow, ist denn viel. Hm. Gut. Ähm, Rohrfisch. Ja, okay. Komm, nehmen wir ihn mit. In die Hölle. Hm. So, oder? Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier gut zu einer Festung kommen. Also, schauen wir mal. Gehen wir mal in diese Richtung hier. Ich hoffe, ja, nicht stürzt sie irgendwie ab, oder? Ja, Gegner sind momentan aus. Das will ich kurz auch aus haben. Bei der Festung mache ich sie wieder an. Da haben wir wieder eine Wabe. Hm. Drüben. Lava könnte gefährlich werden. Warte, schon mal fliegen denn der Hölle unterwegs aus dem kreativen Modus. Das ist nicht so gut, ja. Gehen wir wieder raus. Ja, ja, Reiztier. Oh. Kommen wir nur ein bisschen an. Schon bekommen wir Schaden. An diesen Wänden. Können wir ein bisschen laufen, bitte. Reiten. Hopp, hopp. Ja, genau so. Gut, Vektor. Nehmen wir es mir hier entlang, hä? Ja, gut. Hier geht es schon viel, viel, viel besser. So. Hm. Wie viel hat es hier von diesen Lava-Fällen? war es mehr so ein? Gefühl. Aber da. Ich glaube, das ist dann mega Scheiße. Na ja. Ja, bekommen wir halt immer wieder ein bisschen Schaden über. Naja. Oh, hier ist eine gute Festung, hoffentlich. Die brauche ich aber bitte nicht allzu festlegen. So. Ich möchte dich aber noch ein bisschen einbauen. Ah. So. Ja, das ist natürlich scheiße so. Gut. Komm. Hier rein. Ja, toll. Nein. 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 So. Nee, kommst du jetzt nicht. So, wir müssen hier runter. Schauen. Hopp. Gut. Also. Probieren wir es. Da haben wir eine Truhe. Wir sehen ganz viele Schweine-Zombies. Oh, aber eine gute Truhe. Super. So. So, markieren. Und hier haben wir... Okay, eine Wand. Und diese Seite hat nichts mehr. Gut, dann können wir ein bisschen rennen. Und zwar ist es schon ein bisschen gefährlich. Gehen wir jetzt erst mal zu dieser Truhe. So. Nicht allzu viel rennen. Wegen der Hunger-Anzeige. Ich bin nicht der PvP-Profi. Der sagt ja, das halten wir so viel aus und auch so viel. So. Okay, ist nur ein Fluss. Dann gehen wir wieder geradeaus. Zurück. Ich möchte aber kurz mal die Pferderüstung hier reintun. So. Gut. Dann haben wir hier ein paar Wege noch. Hm. Bleiben wir mal unten. Nochmals. Noch mehr Zeiten. Gut. Bleiben wir unten. Ähm. Wenn wir jetzt hier durch die Wand graben. Wo kommen wir hin? Okay. Wir kommen. Hm. Ja. Gut. Dann gehen wir wieder hoch. Und dann gehen wir die erste Treppe nach oben. Hm. Oder die erste hier. Ja. Okay. Hier ist mal gar nichts. Hm. Also gehen wir hier. Scheinbar auch nicht sehr gut. Gut. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Komische. Ähm. Festung. Ein bisschen verwirrt. Hallo. Hallo. Schweinchen. So. Hier ist mal nix. Gell? Mal links entlang zuerst. Mal links entlang zuerst. Ach komm. Schwer brauchen wir nicht. Oh, zwei sogar. Gut. Prima. Also hier waren wir. Hier auch. Hier waren wir. Hm. Was ist denn das? Was ist denn das? Na toll. Ich bin mal weg. Okay. Die brauche ich nicht. Die waren früher mal, glaube ich, besiegbar. Das war sehr früh. Die Entwicklung. So. Okay. Probieren wir es nochmal. Okay. So. Ähm. Ja. Das ist nicht gerade so gut, wie das jetzt ausgeht. Aber. Ich möchte noch dort nach oben. Hä. Na gut. Kommen wir noch hier nach oben. Irgendwo. Probieren wir es doch mal so. Gut. Das hier. So. Ah. Hier geht es noch um. Gut. Dann können wir hier ran. Mal kurz unten schauen. Ah, das ist hier. Dann ist es gut. Wenn es doch hier ist. Waren wir aber jetzt hier schon oben. Jetzt weiß ich es gar nicht mehr so richtig. Boah. Die Festung ist mal richtig makaber. Puh. Nein. Hier waren wir noch nicht. Hallo. Schliebemm. Wollen wir hier in Rom Gucken Okay Hm Das ist so ein Feierfeld So, jetzt müssen wir hier rüber Nach oben Gut Ja Das wird schwer jetzt Gut, die spawnen gar nicht So, die le Hm Ja, leider gibt's hier nichts Jetzt müssen wir eigentlich alles wieder zurück Wir haben hier gar nichts Ja, wir müssen wieder zurück So, schade Hm Na gut Dann gehen wir Was, wieder ein Bug Da haben wir noch etwas Da könnte etwas sein Gut, das Das wollte ich aber nicht Oh So, ähm Hier doch Ja So Hier rein Gut Ja, da runter Das ist merkwürdig Kompliziert gemacht Gebaut hier Ja, da müssten wir eigentlich hier Ja, genau Da links Gut Da haben wir das wieder Aber immer noch keine Witter-Skelete Gibt's die überhaupt noch? Müssen wir die sonst da cheaten? Also so Ich hoffe sie jedenfalls nicht Ich bin überhaupt kein Gehörner-Cheater Da drüben müssen wir noch hin Unbedingt Wie komme ich jetzt nach oben? So, jetzt Boah, aber Nicht mit mir runterfahren, bitte So, aber dann müsste ich wieder ein bisschen friedlich machen Wieder angegriffen werden Oje So viel Sachen verlieren So, wir müssen mal hier zumachen Und hier zumachen Gut Möchte ich aber noch kurz eine Markierung setzen Festung 1 Festung 1 So, ja So Das sieht man gut Oh, ja Cool So, ähm Jetzt habe ich so eine gute Hier Also der Beginn hier Hier ist ja nix Runte vielleicht Ja, runter mal So So Was ist das? Ah Jetzt dachte ich ein Portal Von der Seite Aber Es war nur Mein Äh, Waypoint Markierung Sechster So Da haben wir nix Da geht's hoch Da geht's nicht weiter Hier geht's runter Gehen wir mal kurz zuerst runter Hm Ja Mal schauen Da ist da auch nix Da ist ne Truhe Gut Noch mehr Truhen Ja, Truhen haben wir genug Aber Am Ding nicht So Lassen wir mal hier schauen Oh Nix Also mal schauen Was hier hinten ist Ah, noch mehr Bald ist der Part Leider auch schon wieder vorbei Ja Schauen wir uns kurz hier draußen um Was wir sonst noch haben Ah, nicht viel Okay Na gut Also im nächsten Park geht's weiter Dann auch wieder mit Monster Und Jo Ich bedanke mich fürs Schauen Sehr interessant hier in diesen Festungen Aber Schon ein bisschen ungemütlich Aber Wir finden gute Sachen Das ist doch das Wichtigste Ja Also Dankeschön Und Bis zum nächsten Mal Euer DragoBaser Tschüss 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 Tschüss